Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da. Ich hoffe, ihr habt sie gut überstanden. Der 15. Spieltag in Liga 3 steht vor der Tür und ihr wisst, was das bedeutet. Meine sensationelle Prognose kommt. Wir schauen uns mal an, wie ich am 14. Spieltag abgeschnitten habe. Das war ganz okay. 5 von 10. Ja, die Tendenz hat gestimmt. Ein Spiel richtig getroffen. Ich bin eigentlich zufrieden mit der Ausbeute. Es geht immer schlechter, aber auch besser. Schreibt mir eure Tipps, Einschätzungen gerne unten in die Kommentare. Halten wir uns gar nicht so lange auf. Am Freitagabend empfängt Viktoria Köln den 5-platzierten Energie Cottbus. Und wir wissen alle, dass Viktoria Köln eine kleine Heimmacht ist. Auswärts tun sie sich schwer. Aus diesem Grund verlor man auch 2 zu 0 in Bielefeld. Die Ostwestfalen waren einfach eine Nummer zu groß. Auch wenn man phasenweise gut dagegen gehalten hat, aber alles im Einen eine verdiente Niederlage. Dafür ist Viktoria Köln das 5-beste Heimteam der Liga. Allerdings sollte man Energie Cottbus nicht unterschätzen. Denn in der Auswärtstabelle stehen die Lausitzer auf dem 6. Platz. Zu Hause am letzten Spieltag gab es gegen Dortmund 2 ein 3 zu 3 unentschieden. Es war ein absolutes Hin und Her mit Höhen und Tiefen zwischenzeitlich. 2-1 geführt, dann 2-3 hinten gelegen und kurz vor Schluss doch noch den 3-3 Ausgleichstreffer erzielt. In der 90. Plus 3 durch Hofmann. Vorne sind sie wie immer sehr abgezockt gewesen. Und hinten ab und an mal zu anfällig. Im Landespokal setzte sich Energie Cottbus 2 zu 0 beim 6. Ligisten Oranienburger FC durch. Das war keine Glanzleistung, aber dennoch weiter. Und am Ende fragt keiner mehr, wie das zustande gekommen ist. Wie ich schon angesprochen habe, Viktoria Köln heimstark Cottbus auswärts. Auch in guter Verfassung. Von daher tippe ich auf ein 1 zu 1. Kommen wir nun zum Kellerduell zwischen dem 14. Verl und dem Tabellen 17. Stuttgart 2. Die Fährler konnten am letzten Spieltag ein wenig durchatmen nach dem 1 zu 0 Sieg gegen unseren FC Hansa. Es war ein ausgeglichenes Spiel, aber am Ende hatte man einfach das nötige Glück, sich cleverer angestellt. Spielerisch gehört Fährl ins gesicherte Mittelfeld. Können so gut wie jeden Gegner schlagen. Stuttgart 2 muss aufpassen, obwohl die Schwaben ihre Negativserie stoppen konnten. Und am letzten Spieltag Unterachring mit 3 zu 2 bezwang. Wenn man sich das Spiel angeschaut hat, dann muss man aber zugeben, dass es auch eher ein glücklicherer Sieg war. Das Spiel spiegelt sich auch in der Statistik wieder. Und auswärts konnte Stuttgart Zweitvertretung in dieser Saison bisher noch keinen einzigen Sieg holen. Dementsprechend geht mein Tipp nach Fährl. Ich setze auf einen 2 zu 1 Heimsieg. Als nächstes begrüßt Rot-Weiß Essen den derzeitigen Tabellenführer SV Sandhausen. RWE immer für Überraschungen gut. Nach dem Hoch gegen Cottbus gab es direkt wieder einen kleinen Rückschlag in Aue. Man unterlag mit 1 zu 2. Eigentlich war es recht ausgeglichen, aber in Halbzeit 1 agierten die Essener viel zu passiv. Dementsprechend lagen sie auch direkt 2 zu 0 hinten. Danach kam man besser rein in die Partie. Aber der Anschlusstreffer von Arsenal in der 94. kam zu spät. Im Landespokal drehte Essen kurz vor Schluss noch die Partie gegen den Oberligisten Sonsbeck. Sonsbeck 3 zu 1 Sieg. Eisfeld erzielte einen sehenswerten Treffer. Eine eher durchwachsende Leistung. Aber an der Hafenstraße ist RWE immer in der Lage, was Zählbares mitzunehmen. Jetzt kommt der Tabellenführer Sandhausen. Die sind nach dem 4 zu 0 Sieg gegen Aachen wieder zurück. In der Erfolgsspur ein überzeugender Auftritt von Minute 1 an. Auch wenn man ab der dritten Minute in Überzahl spielte, das nutzte der SVS eiskalt aus. Und ja, das Spiel zeigte es einfach. Dominanz pur mit vielen herausgespielten Chancen, dass Sandhausen ein klarer Aufstiegsfavorit ist. Des Weiteren sind die Sandhäuser seit 6 Auswärtsspielen unbesiegt. 4 davon waren aber auch unentschieden. Und aus diesem Grund kann ich mir vorstellen, dass die nächste Punkteteilung dazukommt. Ich gehe auf ein 2-2 unentschieden. Das Topspiel bestreiten am 15. Spieltag Dynamo Dresden und Saarbrücken. Platz 3 gegen 4. Beide Teams mit 25 Punkten. Nur ein Zähler vom Tabellenersten entfernt. Torwart Tim Schreiber ist natürlich im Fokus. Er trifft auf seinen Ex-Klub Saarbrücken. Auf jeden Fall können sich die letzten Ergebnisse von Dynamo Dresden sehen lassen. Man hat sich wieder gefangen. Nach einem kleinen Tief 6 zu 1 überzeugend Erfurt in einem Testspiel bezwungen. Und in der Liga gab es beim VfL Osnabrück ein souveränes 3 zu 0. Es wurden sage und schreibe 27 Torschüsse abgegeben. Ein offensives Feuerwerk. Die Verunsicherten Osnabrücker wurden zurechtgewiesen. Und man selbst ließ hinten so gut wie nichts anbrennen. Stand stabil. Da Ferner traf zudem 2 Mal. Die Sachsen sind wieder in Form. Zumal man im Rudolf-Habig-Stadion in dieser Drittligasaison noch kein einziges Mal verloren hat. Und Saarbrücken tut sich ja auch bekanntlich schwer auswärts. Nichtsdestotrotz konnten die Saarländer beim 3 zu 1 Sieg gegen Wien-Wiesbaden ordentlich Selbstvertrauen tanken. Ein verdienter Sieg und dominanter Auftritt. Vor allem Naifi zeigte sein Potenzial. Stand in der Startelf. Umso bitterer ist dann diese böse Verletzung im Spiel gewesen. Gute Besserung. An der Stelle, er fällt wohl für den Rest der Saison aus. Das wünscht man niemandem. Saarbrücken hat einiges an Verletzungspech. Auch Angreifer Schmidt wird fehlen. Immerhin wurde der Vertrag von Defensivspezialist und Saarbrückens Identifikationsfigur Zeitz verlängert. Ein wichtiges Zeichen. Im Landespokal kam man auch eine Runde weiter. Setzte sich 2-0 gegen Saar 0-5 durch. Alles im Eintreffen. Hier zwei Ausstiegskandidaten aufeinander. Die genug Qualität mitbringen. Sich gegenseitig die Punkte zu klauen. Dynamo Dresden zu Hause immer noch mal ein bisschen stärker. Und Saarbrücken ab und an auf Fremdenplatz Probleme. Weshalb ich Richtung Dynamo tendiere. Und mich für ein 2 zu 1 entschieden habe. Diese 3. Liga schaut man doch gerne an. Auch wegen Alemannia Aachen und 1860 München. Das Duell der beiden Traditionsvereine findet vor der größten Kulisse seit 12 Jahren am Aachener Tivoli statt. Eben noch Dresden-Saarbrücken. Jetzt Aachen gegen 1860. Das verspricht einiges. Und Alemannia testete in der Länderspielpause gegen Schalke 04. Man verlor zwar knapp mit 2 zu 1. Zeigte aber ein gutes Spiel. Und konnte den Zweitligisten vor ordentlich Probleme stellen. Strujic hat einen richtigen Hammer ausgepackt. Das macht durchaus Hoffnung. Aber in der Liga bekam man zuletzt eine 4 zu 0 Abreibung in Sandhausen. Nach 3 Minuten sah Gaudino schon die rote Karte. Danach hatte Aachen überhaupt keinen Zugriff mehr. Dafür sind die Kaiserstädter heimstark seit 5 Spielen nicht mehr am Tivoli verloren. Wenn sie noch zierstrebiger, effizienter werden und torgefährlicher, dann könnte was gehen gegen 1860. Zumal es bei den Münchner Löwen zur Zeit auf und ab geht. Ausgeschieden im Landespokal. Überraschend 3 zu 0 gegen den Rivalen Unterhaching verloren. Der Fehler von Vollert leitete die Niederlage ein. Viele Fans sind sauer, weil er ja eigentlich seinen Stammplatz verloren hatte. Und dann im Landespokal aber wieder ran durfte. Und das hat sich gleich gerecht, sage ich mal. Die Kritik ist natürlich berechtigt, aber sollte immer im Rahmen bleiben. Am Ende lag es natürlich an der gesamten Mannschaft. Gefühlt kein Zweikampf gewonnen. Fehlende Einstellung und Harmlosigkeit. Dafür klappt es aber in der Liga umso besser. Zweimal in Folge konnte 1860 3 zu 0 gewinnen. Zuletzt gegen Waldhof Mannheim. Das war ein ganz anderer Auftritt. Sehr präsent. Das ist halt dritte Liga. Du weißt nie, was passiert. Jeder kann jeden schlagen. Tagesform abhängig. In den letzten drei Aufeinandertreffen blieb Alemannia übrigens gegen 1860 ungeschlagen. Zwei Siege und ein Unentschieden. Das letzte Mal gegeneinander spielten die beiden 2012. Ist schon eine Weile her. Beiden Mannschaften würde ich einen Sieg zutrauen. Aber am Ende steht hier ein 1-1 Unentschieden. Am Samstagnachmittag muss Wien Wiesbaden nach Unterhaching. Die Bayern sind seit zehn Ligaspielen sieglos. Auswärts bei Stuttgart Zweitvertretung blieb man ebenfalls ohne Punkte. 3 zu 2 verloren, obwohl man eigentlich mehr vom Spiel hatte. Zum Schluss war es wieder diese alte Leier. Zu unkonzentriert in der Verteidigung. Positiv festhalten muss man auf alle Fälle das 3 zu 0 gegen 1860 München im Landespokal. Das könnte ihnen Selbstvertrauen gegeben haben. Dazu ist Unterhaching seit sieben Heimspielen ungeschlagen. Aber hat halt auch seit zehn Ligaspielen nicht mehr gewonnen. Und Wien Wiesbaden bringt einiges an Qualität mit. Im Landespokal sind die Hessen auch eine Runde weitergekommen. Setzen sich 3 zu 1 gegen Steinbach durch. In der Liga lassen sie allerdings ein bisschen federn. Seit drei Ligaspielen ohne Dreier beim 1. FC Saarbrücken kassierte Wien eine 1 zu 3 Niederlage. Einer der wenigen auf den Wien sich verlassen kann ist Stürmer Kaya. Er trifft wie am Fließband schon acht Tore auf seinem Konto. Ich habe mich am Ende für einen knappen 1 zu 0 Auswärtssieg entschieden. Am Sonntag geht es für Hannovers Zweitvertretung zu Waldhof Mannheim. Bei den Waldhöfern musste man am letzten Spieltag eine 3-0 Packung gegen 1860 München einstecken. In der Verteidigung lief überhaupt nichts zusammen. Matricciani sah alles andere als gut aus. Sehr unsicher, viele Fehlpässe, wenig Ideen im Offensivspiel. Vielleicht war es nur ein Ausrutscher, denn im eigenen Stadion punkteten die Waldhöfer zuletzt recht ordentlich. Da treten sie mit breiter Brust auf, fühlen sie sich wohl. Und Hannover 2 ist ja in nicht so guter Verfassung, würde ich einfach mal sagen. 4 zu 0 Klatsche bekommen gegen Ingolstadt. Ingolstadt, man war in allen Belangen unterlegen und da stellt man berechtigterweise die Frage, ob es von der Qualität her überhaupt reicht für die dritte Liga. Defensiv extrem anfällig, offensiv gibt es ab und zu mal Lichtblicke. Aus den letzten vier Spielen holten die jungen 96er auch nur einen einzigen Zähler. Hier spricht man eigentlich von klaren Verhältnissen. Deswegen tippe ich auch auf einen 3 zu 1 Heimsieg. Ingolstadt empfängt den VfL Osnabrück. Die Schanzer seit sieben Pflichtspielen ohne Niederlage. Am letzten Spieltag 4 zu 0 auswärts bei Hannovers Zweitvertretung gewonnen. Keine Blöße gegeben, eiskalt gewesen. Fröde gab drei Torvorlagen, bemerkenswert. Und insgesamt schoss man schon 32 Tore. Das nach 14 Spielen wirklich stark. Sollte Ingolstadt dieses Spiel auch für sich entscheiden, dann könnte man mit einem Auge nach oben schielen. In der Tabelle Osnabrück in einer absoluten Krise kommen irgendwie nicht raus. Es sind schwere Zeiten für den Absteiger. Der nächste blutleere Auftritt war in der Liga gegen Dynamo Dresden. Die Lila-Weißen verloren mit 0 zu 3 ohne jegliche Gegenwehr. Zwarz sah zudem eine rote Karte, die meiner Meinung nach unberechtigt war. Aber es kommt halt alles zusammen. Von der Körpersprache her sehr enttäuschend. Viele Fans verständlicherweise ratlos. Dazu unterlag man im Testspiel 2 zu 3 Regionalligist Rödinghausen. Ich weiß selber nicht, wie man Osnabrück zur Zeit helfen kann. Es braucht einfach ein Erfolgserlebnis, damit das Selbstvertrauen wieder nach oben geht. Piet Reimers steht so langsam in der Kritik. Zudem sind die Niedersachsen auswärts noch sieglos in dieser Saison. Dementsprechend geht mein Tipp nach Ingolstadt. Die Schanzer gewinnen 2 zu 0. Das vorletzte Spiel für heute heißt Dortmund 2 gegen Erzgebirge Aue. Eine Leistungssteigerung erkennbar bei den jungen Dortmundern in den letzten Wochen. In Cottbus holten sie ein 3-3 Unentschieden. Auch wenn man vielleicht nicht wirklich überlegen war, zeigte sich Dortmund 2 kämpferisch. Hetwa konnte mal wieder glänzen, traf doppelt. Kurz vor Schluss kassierten sie aber doch noch das 3-3. Und nicht nur Borussia Dortmund 2 kann aufatmen. Nein, auch Erzgebirge Aue scheint sich wieder gefunden zu haben. Es geht bergauf. Trotz allem wird man sich von Trainer Pavel Dotschev spätestens im Sommer trennen. Das steht fest. Ob das der richtige Weg ist, frage ich euch. Sie können ja durchaus aufsteigen. Es sind nur 3 Punkte Abstand zum Tabellenersten. Auf jeden Fall sind die Feilchen ohne Probleme ins Viertelfinale eingezogen. Im Landespokal 7 zu 0 wurde tapfer Leipzig abgefertigt. Ricky Bornstein schoss 4 Tore. Dazu konnten die Sachsen gegen Rot-Weiß Essen 2 zu 1 gewinnen. Sehr umkämpft. Aber das Quäntchenglück war auf Seiten der Aue. Man kann, wie ich schon gesagt habe, oben angreifen in der Tabelle bei einem Sieg. Zumal Aue das letzte Mal gegen Borussia Dortmunds Zweitvertretung 2002 verlor. Sehr lange her. Ich würde sagen Angstgegner. Deshalb setze ich auf einen 3 zu 2 Auswärtssieg. Angelangt bei unserem FC Hansa. Wir haben den Tabellenzweiten Arminia Bielefeld zu Gast. Und eins kann man sagen. Unser neuer Trainer bringt man stets schon früh. Unter Druck nach der knappen 1 zu 0 Niederlage gegen Verl. Das war extrem ärgerlich. Wir hätten das Ding durchaus gewinnen können. Aber hätte Fahrradkette die erste Halbzeit, konntest du eigentlich komplett vergessen. Bis auf vielleicht den Freistoß von Lebeau. Man tat sich schwer und überließ Fell das Spiel. In Halbzeit 2 wurde es dann besser. Und wir bekamen mehr Zugriff. Aber ich finde, dass das Spiel ein wenig dem von Hollerbach ähnelte. Viele Chancen, wenig Ertrag. Und am Ende wurden wir durch einen Fehler zurückgeworfen. Ophoff sah beim Gegentreffer unglücklich aus. Eigentlich war es ein typisches Unentschieden-Spiel. Und sowas darfst du in dieser Phase der Saison nicht verlieren. Wenn ich nochmal darauf zurückblicke, das ist bitter, weil jetzt die Punkte fehlen. Zumal unsere nächsten Gegner qualitativ stärker scheinen. Es nicht einfacher wird mit Bielefeld, 1860, Sandhausen, Cottbus. Das Brinkmann-Debüt ist leider nach hinten losgegangen. Ich will es aber nicht am Trainer festmachen. Denn die Ausstellung war genau gleich wie in den Wochen zuvor, wo wir zwei Siege in Folge einfahren konnten. Aber das Gute, Leute. Diese zwei Siege wurden in unserem Ostseestadion eingefahren. 2-0 gegen Essen. 4-0 Osnabrück nach Hause geschickt. Wir sind wieder eine Macht zu Hause. Hoffentlich. Natürlich, Bielefeld ein anderes Kaliber. Da muss man ehrlich sein. Trotzdem wäre es für den Trainer nicht verkehrt, wenn gegen Bielefeld was Zählbares mitgenommen wird. Bei einer Niederlage will ich jetzt noch nichts beschreien. Aber es sind wahrscheinlich auch dann viele extrem unzufrieden in der Tabelle. Fahren wir weiter zurück und stehen weiter auf der Stelle. Du brauchst Punkte, egal gegen welchen Gegner. Positiv anzusprechen ist auf jeden Fall das Weiterkommen im Landespokal gegen Verbandsligist Torgelow-Öckermünde. 2-0 gewonnen. Spielerisch war da trotzdem Luft nach oben. Ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aber klar, hätten wir uns alle mehr Tore gewünscht. Naja, sei es drum. Wir stehen im Viertelfinale und gewinnen hoffentlich diesen Pokal, dass wir dann in der ersten Runde im DFB-Pokal stehen. Oder werden mindestens Vierter. Aber das ist ein ganz weiter Weg. Es sind natürlich auch Einnahmen, die unser FC Hansa benötigt. Es wird kein Trainingslager im Süden geben. Da spielt wahrscheinlich auch der Kostenfaktor rein. Ich sehe das gar nicht so schlimm. Dann können sich unsere Jungs auf die winterlichen Temperaturen einstellen und dann mal richtig mit Vollgas aus der Rückrunde kommen. Das war in den letzten Jahren ja eher weniger der Fall. Sagen wir meistens schlecht aus. Sind schlecht in die Rückrunde gestartet und sparen noch ein bisschen Geld für den ein oder anderen Transfer. Insofern eventuell, Gerüchten zufolge, soll ja Hansa an Top-Scorer Weinhauer interessiert sein von Jena aus der Regionalliga. Was haltet ihr von dem? Sollte das ein bisschen heißer werden, kann ich auch noch mal näher auf ihn eingehen. Aber alles im einen müssen wir halt irgendwie sicherer in der Verteidigung werden. Torwartwechsel haben wir jetzt oft diskutiert. Ich würde auf jeden Fall hinten noch mal nachlegen. Und im Mittelfeld, da sind mir zu viele Fehler drin. Ihr wisst es ja selber, wie wir unsere Gegentore fressen. Übrigens wird Schumacher für diese Partie ausfallen. Bin ich gespannt, wer ihn ersetzt. Roshi oder, mal meine Theorie, Neid hat auf links packen und Jan Mäder auf die Rechtsverteidigerposition. Könnte man testen. Nico kann ja beide Seiten beackern. Joach, jetzt müssen wir mal schauen, was ist eigentlich mit King Manu los? Der soll ja fit sein. Von dem haben die Düsseldorfer geschwärmt. Würde ich auch gerne mal jetzt ein paar Minuten sehen. Einfach mal ein bisschen was probieren. Doppelspitze, Haugen, Naderi zurück zusammen. In der Vergangenheit sahen wir meistens gut aus gegen Bielefeld. Aber man darf jetzt auch nicht zu blauäugig reingehen, weil natürlich ein gefährlicher Gegner wartet. Obwohl die Ostwestfalen bisher nur ein einziges Auswärtsspiel gegen uns im Ostseestadion gewinnen konnten. Aus insgesamt neun Begegnungen und im direkten Vergleich gewann unser FC Hansa die letzten beiden Duelle. Das war zu Zweitliga-Zeiten. Könnt ihr euch erinnern? Heim 2-1, Auswärts 1-0. Wäre schön, wenn das am Wochenende wiederholt wird. Aber ich habe es angesprochen. Arminia Bielefeld in extrem guter Verfassung. Seit 8 Spielen ungeschlagen. Zuletzt 2-0. Köln bezwungen. Sehr überzeugend. Wirken abgeklärt. Und stehen in der Verteidigung absolut stabil. Lassen wenig zu. Arminia hat nicht ohne Grund die beste Defensive der Liga. Wir müssen also unsere Chancen sofort nutzen, effizient sein. Ich hoffe mal, dass das an diesem Samstag der Fall sein wird. Und im Landespokal besiegte Bielefeld Herne mit 5 zu 0. Die Mannschaft wirkt gefestigt unter dem Trainer Knia. Der hat eine stabile Truppe geformt. Stürmer Kania wollte ja im Sommer erst zu uns. Die Verhandlungen sind dann aber kurz vor Abschluss noch gescheitert. Und dann stand er irgendwie bei Dresden auf der Liste. Da hat er dann auch noch abgesagt mit seinem Berater. Komisches Hin und Her. Und jetzt geht er eben für Arminia auf Torejagd. Und findet immer besser in die Liga. Ist Bielefelds derzeitiger Top-Torjäger. 5 Mal hat er bis jetzt getroffen. Da müssen wir aufpassen. Groß gewachsen. Ansonsten natürlich Talent Oppi in ihren Reihen. Der bringt es aktuell auf 2 Tore. 2 Vorlagen. Gefährlicher, junger Außenverteidiger. Dann haben sie noch Al-Sayang mit derselben Quote. Pfeilschnell und im Tor einen sehr, sehr guten Mann mit Kersken. Also es wird alles andere als einfach. Das Gute, wir spielen zu Hause. Können da unbeschwert auftreten. Ja, wir müssen uns eigentlich ein Beispiel nehmen an den Armin. Ihr wisst ja, in deren Abstiegssaison lief es am Anfang auch überhaupt nicht. Viele Fans sauer. Man hat von einem Überbrückungsjahr gesprochen. Eine Übergangssaison. Und jetzt sich eben so stabilisiert, dass sie zu den Ausstiegskandidaten zählen. Ich bin vom Gefühl her hin und her gerissen. Ich traue uns natürlich im Ostseestadion drei Punkte zu. Ganz klar. Aber Bielefeld musst du auf dem Zettel haben. Wir werden dagegen halten und uns zumindest einen Unentschieden holen. Mein Tipp, ein 1 zu 1 mit Hoffnung auf mehr. Es gab auch lange kein Unentschieden mehr für unseren FC Hansa. Seit acht Spielen nur Siege und Niederlagen. Von daher könnte es mathematisch wieder an der Zeit sein. Und gegen Bielefeld ist ein Punkt besser als keiner. Aber zu Hause sagt man ja, musst du eigentlich gewinnen. Deswegen Hansa, bitte einfach uns überraschen. Und mit unseren Fans im Rücken werden vielleicht noch ein paar Prozente mehr rausgeholt. Wie seht ihr das Ganze? Ja, ein Punkt. Damit kann ich leben. Aber drei Punkte viel wichtiger, um da unten rauszukommen. So sieht dann die Tabelle laut meinen Tipps aus. Unser FC Hansa bleibt unverändert auf Platz 15. Das meine ich. Nur mit Siegen kommst du da unten raus. Erster ist Dynamo Dresden. Überholt Sandhausen. Und Amina Bielefeld steht auf dem dritten Platz. Das war es mal wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Würde mich über jeden Daumen nach oben freuen. Schreibt gerne rein, was ihr von meinen Tipps haltet. Wir sehen uns. Bleibt stabil. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal.